Jetzt sagen sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Das ist aber auch mal wieder ein Skandal, der die USA da erschüttert. Der Chef des CIA, Vier-Sterne-General Petraeus, tritt wegen einer außerehelichen Affäre von seinem Amt zurück. Mal von der Frage abgesehen, ob es auch innereheliche Affären gibt, entbehrt es nicht einer gewissen Komik, wenn der Chef des mächtigsten Geheimdienstes der Welt nicht mal in der Lage ist, sein eigenes Sexualleben geheim zu halten. Aber eine heimliche Geliebte lässt sich nun mal sehr viel schlechter steuern, als diese unheimlichen Drohnen, mit denen der CIA weltweit die Feinde Amerikas über den Haufen schießt. Jedenfalls ist die Biene dieser hochdekorierten Vier-Sterne-Drohne völlig außer Kontrolle geraten. Sie war eifersüchtig, und zwar nicht auf die Ehefrau ihres Liebhabers, sondern auf eine vermeintlich noch attraktivere und jüngere potenzielle Nebenbuhlerin. Diese hat sie dann in E-Mails bedroht, und die ist dann mit diesen Drohmails zum FBI gelaufen. Und als man beim FBI das E-Mail-Konto der Mätresse unter die Lupe genommen hat, ist man auf die Affäre mit dem Geheimdienstchef gestoßen. Jetzt behaupten die Republikaner, Obama habe von der Affäre schon Tage vor der Präsidentenwahl gewusst und habe nur nichts gesagt, um seine Wiederwahl nicht zu gefährden. Man stelle sich das auch mal vor, die Affäre wäre einen Tag vor der Wahl bekannt geworden. Ich meine, wer hätte Obama da noch gewählt? Wer als Präsident der USA nicht mal den Chef des CIA vom Fremdgehen abhalten kann, der ist doch unfähig, das Land zu führen. Und mit solchen Diskussionen füllen sie in den USA jetzt die Zeitungen und die kurze Zeit zwischen den Werbeblöcken im Fernsehen. So sieht sie aus, die wunderbare Welt der Mediendemokratie. Barack Obama hatte vor seiner ersten Wahl versprochen, Guantanamo zu schließen. Das hat er nicht getan. Er lässt nur keine neuen Gefangenen mehr dahin bringen. Obama macht nämlich keine Gefangenen. Er hat eine Todesliste genehmigt, auf der die Namen von Menschen stehen, die der CIA mit Hilfe von Drohnen weltweit einfach über den Haufen schießen darf. Und zwar ohne Anklage und ohne Verteidigungsmöglichkeit. Wobei die Tötung sich zufällig in der Nähe befindlicher Unschuldiger als Kollateralschaden in Kauf genommen wird. So etwas ist natürlich kein Skandal. Aber wehe, der Chef des CIA bringt seine persönliche Drohne außerhalb des Ehebettes zum Einsatz. Da schreit das moralische Amerika auf. Genau wie es aufschreien würde, wenn der widerliche Assad in Syrien auch so eine Todesliste genehmigen würde. So etwas darf der doch gar nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Bis neulich.